Ja, und damit wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Wir sind jetzt in Etage 4 und machen ohne Umschweife auch gleich weiter. Unser Ziel ist es in dieser Folge wenigstens bis zur letzten Etage zu kommen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ja, aber die hier, die... Okay, dann werden wir erstmal Isanagi wieder umswitchen, damit wir den komischen Vogel... Ja, gerne, Chie. Oh, nice, Yosuke. Gute Antwort! Der lebt ja immer noch. Ähm, Momentchen. Bin gleich soweit. So, tut mir leid. Aber ich musste kurz mal... Wohin? Das hat geklingelt. So, äh... Weiter geht's. Ach, kommt schon, Leute. Jetzt aber. Okay, also Skill-Karte nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm... Money-Up auch. Ah, und den Chest-Key. Nice. Hey, cool. Wir können mehr Personas mit uns führen. So. Oh. Three enemies, but they're too slow. It's someone else's turn. Three enemies. Let's get through this. Yeah. Little Grape beat it. Go forth. There. We have- Ready? Set! Begone! Okay. Okay. Das war's für heute. Ach, du Schander. Wir schaffen's. So, das, das und mal schauen, was kommt. Ah, toll. Ja, natürlich hast du aufgelevelt. So, jetzt aber. Den müssen wir jetzt schaffen. Na, so wird das nichts, Yosuke. Ach, Chi. Also, das muss man auch mal schaffen hier. Fünfmal in Folge nicht treffen. So, Chi, wenn du aufs Sack bist, dann holst du den jetzt. Ah, natürlich. Das war's für heute. So lange, wie der nicht flieht, ist ja alles in Ordnung. Kommt, Leute. Den müsst ihr schaffen. Wir brauchen die Erfahrungspunkte und das Geld. Ja. Sehr schön. Okay. Noch nee. Komm schon. Ernsthaft jetzt hier? Mann. Ja. Das tut jetzt hier richtig weh. Oh Mann. Okay. So ist das manchmal. Okay. Halt. Da sehe ich gerade, das ist nur eine Truhe. Dann holen wir uns die schnell. Pinwheel. Pinwheel. Die Treppe. Jawohl. Ich habe drei Inemies. Ich bin da. Okay. Ich habe drei innen. Ganz auf. Oh. Ich bin da. Höscher. Ich bin da. Ich bin da. Das war. Ich bin da. Ich bin da. Höscher. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, sind wir. Und los! Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Hm, natürlich. Mir fehlen diese Party-Heilungskarten momentan. So, haben wir jetzt hier alles... Na, natürlich. Da oben sehe ich gerade, da haben wir noch einen Gang offen. Oops. Two enemy Shadows! You get to go first! It's not going down! Two enemies! Charge through! I couldn't quite beat it! There! I can't defeat it! Yeah, that's some thick skin! Yeah, I couldn't quite beat it! Uh oh! Yuki-chan's showing no mercy! Ach nee, komm, wir machen den jetzt auf die normale Art fertig. Oh! Yeah, that's some thick skin! Just one enemy left! I couldn't quite beat it! Yeah! I can't defeat it! Oh! 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 Oh. Oh! Okay. Nice, Chie. So persistent. You ready, Yukiko? I'm with you. Oh, cool. Wham! 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 Das hat sich doch gelohnt. So. It's our turn first. There's three enemies. It's not going down. Three enemies. Let's get through this. Good move, Chie-chan. Great move, Chie. That's two. It's down. All right. This game. Oh. So, dann können wir jetzt in die nächste Etage vordringen. Oh man, die sind hart. Okay, ich muss doch mal gucken, ob ich irgendwas nochmal habe, um meine SP so ein bisschen. Ja, gut, mehr ist jetzt nicht drin. Oh, money. Okay, here's it! Give it up! I leveled up! Und einen neuen Zauberspruch oder beziehungsweise Skill hat sie gelernt. Disguise Mask, was ist das bitteschön? Okay. Ich habe ein Geek, nein. Oh. 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 Can I have this one? Here I go! Leider wieder nur die Stufe 1 Karte davon. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Wir hatten ja schon deutlich höhere Karten gezogen. So easy ist das immer gar nicht. Wow, Sensei! You knocked it down! Nice! Three enemies left. It's not going down. Two left! There! I couldn't do it. Two enemies left! It's not going down. It got back up! Hurry and beat it! It's a piece of cake for Yuki-Chain! That went well! Oh man, das hat mir doch gerade... There's three enemies! Yosuke pounded an enemy! Someone else's turn! Woohoo! Chie-Chain! That's one! So persistent! Nice! Auf sie! Äh, auf ihn! All right! Ready or not, here we come! Just one enemy left! Jetzt muss ich noch mal kurz was gucken hier. Okay. So. Ähm... Two more. Ja, dann haben wir den Sweep-Bonus mal. Dann... So, die Kiste. Und weiter geht es. Jetzt haben wir ja nur noch diese Tür hier. Sehr schön, Teddy hat die Treppen gefunden. Dann probieren wir mal nochmal unser Glück hier. Beat the stuffing out of it! Boom, it's not going down! Ha! One enemy! Fight! Fight! So persistent! Yikes! Reinforcements! We were nearly done! Boom, it's not going down! I couldn't quite beat it! Two enemies left! It's a nugget! Go, Sensei! You're doing well! You knocked it down! Great, Sensei! Go for broke! Fair! I can't defeat it! Yikes! Reinforcements! We were nearly done! Someone finish it off! You hit its weakness! That's so it's done! Smart move, Sensei! This will be a piece of cake for Yuki-chan! Someone else's turn! I couldn't quite beat it! Just one enemy left! Ach, man! Are you alright, Sensei? Are you okay? There! So persistent! Ah, super, das war so klar. Ah. So, Persona level up. Nehmen wir das. Also, Isanagi hinkt vom Level her so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Die anderen haben schon Stufe 26. So, dann. Auf in Etage 6. Was ist denn? Es ist ein Ambus! Es gibt drei Enemies! Okay. Let's do this, Jiraiya! Three Enemies down! Okay! Three Enemies left! I'll finish it! Okay. Ohohohohoho! Okay. Okay. There we go. Let's do this. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, ist schon wieder soweit, ja Oh, ähm Da können wir auf jeden Fall wieder jede Menge Personas fusionieren Sooo Oh 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 A rare monster, beat the stuffing out of it Yosuke's completely out of it Three enemies left I couldn't quite beat it I can't defeat it Das wäre natürlich richtig genial, wenn wir die drei besiegen würden Da geht's schon los Einer ist schon weg Two enemies left Someone finish it off There I can't defeat it The enemy ran away Oh, natürlich Woohoo, that went well Dieses komische Kettengeräusch Damals war das ja so Das da, äh, dieser Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß Aber dieser Echt starke Gegner aus der Truhe kam So, wir haben die Stufen Zur nächsten Ebene gefunden Schauen uns aber hier erstmal nochmal kurz im Rest des Dungeons um Three enemies, but they're too slow Persona Go, Sensei You knocked it down That was a good one, Sensei That's how it's done This one's weak to It's not going down Three enemies, let's get through this Alright, only two I can't defeat it Two enemies left Yosuke's on the war path Keep it going Nice Oh, eine Stufe 4 Recover-HPSP-Karte Sehr, sehr geil All cards on hand become different cards Probieren wir mal Ja, noch eine Nehmen wir Ähm So, da müssten wir doch jetzt eigentlich deutlich mehr SP-HP haben Das sieht schon wieder ganz gut aus Da ist ein Shadow Wo ist hier ein Shadow? Ähm Sehr, sehr nice So, XP ab Money Und Sehr schön There are three enemies It's not going down Das ist doch auch mal wieder eine richtig tolle Runde Das ist doch auch mal wieder eine richtig tolle Runde So, dann ein kurzer Blick in die Kiste Und dann würde ich sagen Gehen wir in die nächste Etage hoch Nein So Jeek Aus irgendeinem Grund ist dieser Diese Etage hier richtig Neblig Halte durch Ich ahne Schlimmes Aber Wir wollen uns nicht entmutigen lassen Das war Genau Elektrizität Das war Ich starbe Yo, wen nehmen wir, wen nehmen wir? Das ist ein sehr, sehr langer Gang hier. Wind, okay. Das ist ein sehr langer Gang. So, damit bin ich jetzt hier einmal rundherum gelaufen. Hm. Die Etage sieht nicht so aus, als wenn sie zufallsgeneriert ist. Ich denke mal, hier hinter dieser Tür wartet irgendwas auf uns. Ähm, ja. Ziemlich viel Nebel dringt durch die Türritzen. Wollen wir sie öffnen? Ja, natürlich. Müssen wir ja. Willkommen in der Männerwelt. Okay. Okay. No. Ich denke mal, Instant Kill wird bei dem nicht funktionieren. Deshalb werde ich jetzt alle Skills einmal durchprobieren. Das ist nicht gut. Der ist wirklich tough. Das funktioniert. Aua. Was ist das? Blockiert. Light won't work on this. Let's do this. Das war cool, Yosuke. Testen wir das einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass das wirkt, aber... Alles klar. Das war ein, was ich nicht so gut an. Das war's nicht so gut. Das war's nicht so gut. Das war's nicht so gut. Jetzt aber. Ja, bitte. Wir haben den Badehaus-Schlüssel erhalten. Gucken wir uns hier noch mal kurz rum, aber nichts weiter da. Drei Feindler, aber sie sind zu tief. Drei Feindler, hier geht's. Ah! Drei Enemies down! Good answer! Ready to not, here we come! Awesome! Chie-chan's in Rampage Mode! We couldn't do it! I'm out! Crow Charm. Was ist ein Crow Charm? Okay. So. Egal. Den lasse ich jetzt mal ziehen. Das ist doch jetzt hier... Dann werde ich erstmal in die andere Tür gehen, weil ich denke mal hier hinten am Ende des Ganges geht es weiter. Ach man. So jetzt zeig mal was ihr könnt. Oh mein Gott. Was haben wir denn da? Wir müssen mal die Persona wechseln. Persona! You're gonna pay, dammit! Persona! Someone else's turn. Are you okay, Sensei? Someone heal him! Go! Yikes, it's tough! Sensei, mind your health, okay? I am thou. Das war ganz schön knapp jetzt hier. So. Medicine. Oh! 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 So, ja. Hier war ja jetzt nichts weiter. Genau. Dann können wir durch die Tür da unten durch. Du musst nicht wechseln. Ach nee. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir müssen Kanji retten und, ähm, ich möchte mich aber nochmal vorbereiten. Das heißt, ich werde jetzt einmal Go Home nehmen, damit wir uns noch einmal komplett heilen können. So, Skill Media, so, die Gruppe ist geheilt, dann lassen wir uns von Fox nochmal, ja, die SP. Okay, ich schaue hier nochmal kurz, als wir Personas fusionieren und Skill Karten können wir sicherlich auch welche abgeben. Geben, Alertness, ja. Fuse Personas, was können wir hier, ja. Matador würde ich schon gerne behalten. Ähm, Icebreak, Alertness, ja, Garu. Ja, ich schaue hier, ja, ich schaue hier. Ja, ich schaue hier. Ja, ich schaue hier. Ufff, ich schaue hier. Ich schaue hier. Das war's für heute. So, dann haben wir hier noch Shisa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, okay. Ares, ähm, nein, da muss ich auch Isanagi opfern, das kommt nicht in Frage. Gut. Dann war's das soweit. So, dann würde ich an dieser Stelle speichern. Ja. Und, äh, in der nächsten Folge werden wir uns dann um den Dungeon Boss kümmern. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!